Musik Was einen Baumarkt besonders macht, ist ein fachhandelorientiertes und regionales Angebot und individuelle Beratung. Die Baywa Vorarlberg kümmert sich bereits 25 Jahre um Kundenanliegen rund um Heim und Garten. Von Agrar-, Baustoffhandel über Bau und Garten, Technik bis zum Mineralölhandel gibt es da viel Angebot für alle Heimwerkende. Doch auch die Mitarbeitenden im Betrieb haben hohe Priorität. Wir haben ein super Vorarlberger Team hier und das macht es eigentlich aus. Wir sind selbstständig, wir sind hier in einer tollen Region Vorarlberg, super Menschen, super Kunden. Und dann eben mit dieser Selbstständigkeit in einem starken Konzernverbund, Lagerhaus Baywa, dann kann man da sehr erfolgreich die Dinge entwickeln. In Lauterach steht der größte Baywa Standort in Vorarlberg mit rund 10.000 Quadratmetern. Seit den Anfängen vor 20 Jahren hat sich da vor Ort auch einiges entwickelt. Wir sind ein fachhandelsorientierter Baumarkt, wenn man das so sagen kann und möchte, der regional sehr gut verwurzelt ist. Und das zeichnet uns sicher aus. Also unser Personal ist sehr kompetent, sehr freundlich. Für das sind wir, glaube ich, im ganzen Land bekannt. Und ich hoffe, dass können wir schon stolz sind am Standort. Insgesamt bin ich schon 35 Jahre im Unternehmen. So bin ich quasi vom Lehrling, vom Fachverkäufer, vom Marktleiter-Stellvertreter, der ich viele Jahre lang war, jetzt zum Marktleiter geworden. Ein individueller Werdegang wird im Betrieb besonders gefördert. Selbstständigkeit und Eigenverantwortung wird da groß geschrieben und ist ausschlaggebend für ein Miteinander auf Augenhöhe. Jede Abteilung oder jede größere Abteilung hat einen eigenen Abteilungsleiter, der wiederum sein Team separat führt. Und die Wege, die Kommunikationswege sind sehr kurz zu ihm. Also da wird ganz viel auf der Fläche entschieden, dass wir ein gutes Betriebsklima haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Was mich freut, ist, dass es irgendwie, wir sind wie so eine kleine Familie, habe ich so das Gefühl. Man kommt einfach gerne da hinein zum Schaffen. Erstens verstaubt man sich untereinander gut. Man hat immer einen Rückhalt, ich weiß nicht, ob das von der Marktleitung ist oder von anderen Mitarbeitern. Es sind schon viele Freundschaften daraus entstanden. Man ist den ganzen Tag eigentlich dahin, beziehungsweise auch die ganze Woche. Darum ist es eigentlich auch wichtig, dass man einfach viel miteinander arbeitet. Also für mich ist es super, da in der Baiva mit den Mitarbeitern, weil es einfach sehr familiär ist. Als Lehrlingsausbildner hier in der Baiva ist es mir sehr wichtig, die Jugend zu fördern, gute Verkäufer auszubilden. Und wir haben einfach ein super Team, eine super Geschäftsführung. Voll cool halt, dass mir auch so viel anvertraut, dass ich so viel machen darf. Klar habe ich auch immer jemanden, den ich ansprechen kann, wenn ich irgendein Problem habe. Da bin ich auch sehr dankbar. Wir stehen uns echt voll gut da alle zusammen. Und ja, es ist immer schön, wenn man morgen herkommt. Und ich komme eigentlich immer mit einem Lachen her, weil es mir einfach Spaß macht, mit den Leuten da zusammen zu arbeiten. Ich bin gelernte Floristin und seit acht Jahren in der Zimmerpflanzenabteilung als Fachverkäuferin tätig. Meine Herausforderung ist das Schaffen mit den Kunden. Einfach, dass ich in meinem erlernten Beruf zurückgehen darf und die Kreativität ausleben darf. Natur, Pflanzen, Umwelt, das ist für mich ein wichtiges Thema. Und wenn ich damit arbeiten darf, ist es natürlich hervorragend. Also das ist eigentlich schon mein Lieber. Zukunftsorientiert hat ein großer Betrieb auch eine möglichst nachhaltige Verantwortung. Baiva achtet da im Sortiment wie intern auf entsprechende Maßnahmen. Beim Einkaufen achten wir auf Verpackungsmaterialien. Wir achten auch auf recycelbare Artikel, dass wir die vorrangig verkaufen. Das ist vom Sortiment her sehr wichtig. Aber unsere Ladengestaltung, wenn wir uns einmal die Beleuchtung anschauen, das ist inzwischen alles auf LED umgestellt. Fast die komplette Bedachung ist mit der Photovoltaikanlage ausgestattet. Da können wir bis zu 80 Prozent von unserem gesamten Strombedarf decken wir selber ab. Also auch solche Sachen finde ich total wichtig. Und da sind wir immer am Ball, dass wir da am neuesten Stand der Technik sind und auch unseren Beitrag natürlich für die Nachhaltigkeit leisten. Baiva in Lauterach brächt da Individualität in einem erfolgreichen Betrieb. Ganz nach dem Motto, ein gutes Team geführt durchs Team.